Guten Tag, ich begrüsse alle recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz zum Spiel. Morgen Mittwoch kriegt der FC Saad Lausanne Uschi auswärts in Lausanne, Runde 12 die jetzt Challenge League. Schauen wir gleich voraus, personelle Situation gesperrt ist niemand. Gefördert haben wir Milan Gaic, Sedi Gasser, Gabriel Isic und Ayn Fosso. Verletzt sind der Rahimi, Wieser, Gasser und Traber. Und fraglich haben wir der Niki Hasler, Simon Leuchinger und Ayn Fosso. Gut, Gigi, startet nun mit dir. Sonntag endlich der 1. Sieg, vor allem mit der 1. Halbzeit sehr, sehr starke Leistung. Wenn wir morgen mit der Einstellung in Lausanne in Lausanne auf den Platz geht, dann liegt wieder einiges drin, oder? Ja, ich glaube wir haben schon in der Saison öfter gezeigt, dass wir eine gute Leistung gespielt gemacht haben. Nur dass wir es am Sonntag über die Runden gebracht haben und in der 2. Halbzeit haben wir sicher einen Gang zurückgeschaltet. Aber ich glaube in der Phase, in der wir uns befinden, haben wir das intelligent gemacht. Und wenn es nicht hinten anfremd, haben wir alles richtig gemacht. Ja, Levenmorgen gegen Uschi vor knapp drei Wochen haben wir schon gespielt. Wir haben 2-0 verloren im Ripperg-Stadion. Was muss sich jetzt in deiner Meinung nach konkret auch ändern? Oder ja, was müssen wir vor allem besser machen in diesem Spiel morgen? Also ich hoffe, während dieser Zeit hat sich die Saison schon verändert. Ich glaube, gegen Stad Lozan Uschi war nach zwei Wochen Pause, hatten wir total das Spiel verpasst. Also wir waren nicht, vielleicht war zu viel Entspannung drin gehabt nach so einer intensiven Phase. Ich glaube, die Jungs haben gut reagiert mit Konferenz-Leaguezeit, Top-Leistungen auch gegen Schaffhausen. Also wir könnten zurückkommen und jetzt mit dem verdienten Sieg gegen Arau. Und ich glaube, sie wissen genau, wie viel müssen sie investieren jetzt für einen Sieg. Wie viel man muss leiden und das lieben sogar zu leiden, um solche Ergebnisse zu holen. Und ja, wir müssen auch lernen. Ich habe schon mit den Jungs thematisiert, auch die entscheidenden Momente noch konkreter zu verwalten. Nach einem Tor für uns oder ein Gegentreffer. Einfach stabil bleiben und diese Momente überstehen als Mannschaft, kompakter werden, zusammen sein. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann wären wir auf einem guten Weg. Aber du, es ist ein Prozess. Jetzt ist nochmals eine sehr intensive Phase. Aber der Kopf entscheidet. Und ich glaube, die Jungs haben jetzt wirklich den Schalter gefunden, um die Leistungen zu wiederholen. Danke, Kiki. Stad Lausanne ist zweit. Wieso sind die so weit fallen? Was sind Stärke? Stärke, weil sie sind gut generell. Also ich war nicht überrascht vom Stad Lausanne. Also vielleicht in den Köpfen. Auch vor drei Wochen habe ich schon gewusst, es ist eine der schlechtesten Gegner, die man haben kann. Sogar zu zehn war noch schwieriger. Sie sind stabil. Sie sind stabil, weil wir haben so einen grossen Teil vom letzten Jahr Spieler. Sie haben ein Labor verloren, ist klar. Aber sie haben sie auch gut ersetzt. Sie haben erfahrene Spieler, wie der Kapitän Akichi oder Kasama rechts hinten geholt. Und sie sind physisch sehr, sehr stark. Also die haben alle Spiele, die wirklich präsent sind. Wenn ich denke an Bamba, wenn ich denke an Kichi Kasama, Pose oder Hyrule hinten sind alle sehr kräftig. Und die Gaji vorne. Und das Spiel über die Seite mit Deku und Aydini. Also die sind eine konkrete Mannschaft. Das sind einfach Facts und deshalb sind sie auf den zweiten Platz. Wie spielt man da Kiki, wenn man einen Kopf kleiner ist gegen solche Großen dann? Mach mal. Wie spielt man gegen solche Großen, wenn man einen Kopf kleiner ist dann gegen solche? Der Trainer hat gesagt, die sind also körperlich stark. Ich höre Bomben reinstellen, dass sie Probleme haben. Aber wir haben Harald ja auch den Nitsch oder Nitsch oder wie man das sagt. Den haben sie auch drinnen gehabt. Den haben wir in der 30. Minute dann rausgeschickt, weil es nicht funktioniert hat. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein großer Unterschied ist, ob das Spiel groß oder klein ist. Wie ist es vom Kopf her nach dem Sieg hier am Sonntag? Ist es so eine Befreiung da gewesen, dass es endlich geschafft hat, das erste Mal die drei Punkte zu holen? Ja, eine Erleichterung. Ich glaube, das darf ich ansprechen, dass wir in der Halbzeit schon ein bisschen zu verrückt unterwegs waren. Es ist nicht der Trainer eben reingekommen. Es hat gesagt, Jungs, da ist noch einiges zu machen. Aber es ist auf jeden Fall leichter natürlich. Wenn jeder anredt, ja, oder nach dem Spiel, ja, endlich habt ihr mal gewonnen. Ist es auf jeden Fall leichter. Aber es heißt jetzt nicht, dass es wieder leichter wird. Spürt der Trainer auch im Training? Also jetzt die Woche, haben wir das gespürt, dass der Stein gefallen ist mit dem ersten Sieg? Ja, im Training war nicht so viel. Also, die Woche ist kurz im Training. Ich denke, man kann nicht das, also, man spürt eine gewisse, ich kann nicht einen Erleiter. Also, ich als Trainer, ich bin wirklich pissig auf das nächste Spiel. Also, ich habe, ich habe, also, ein paar Anekdote. Also, ich habe besser geschlafen nach Dnipro-Spiel. Ich habe gut geschlafen. Ich habe gesagt, du, das ist Fusso, wir haben alles gegeben. Und nach dem Sieg, trotzdem, bin schon gestern, heute habe ich nicht gut geschlafen. Ich bin schon mit dem Kopf nur bei dem Spiel. Erleichtert bin ich nicht. Ich glaube, wir müssen es wahrnehmen, jetzt beginnt. Jetzt beginnt wirklich, weil auch die Gegner, die andere Mannschaft haben gestern für uns gespielt. Aber wir müssen mal die Gelegenheit nutzen. Also, sonst, es bleibt einfach nur in der Luft. Und deshalb, ich habe diese Energie und ich spüre, dass wir müssen das nutzen. Also, ich spüre es einfach in meinem Körper. Und deshalb, ich hoffe auch, die Mannschaft gestern ein bisschen runter. Heute locker, aber konzentriert. Wir wissen genau, was wir machen. Und morgen, wir gehen einfach mit der richtigen Spannung ins Spiel. Wird es grossartige Veränderungen geben jetzt im Vergleich zum Sonntag? Also, wir müssen ein bisschen schauen, wie zum Beispiel Kiki fit ist. Weil er ist schon fit, aber von Müdigkeit, wie Niki ist, wie Fusso ist. Ich glaube, wir haben auch die, die aus der Bank gekommen sind, haben uns gezeigt, sie sind präsent, sie sind bereit. Also, wir haben ein bisschen Wechseln gehabt. Schauen wir heute, ich muss noch alle Spieler sehen, ich muss noch mit dem Visio-Stuff diskutieren, wer hat was und so weiter und so fort. Zwei Tage nach dem Spiel ist es immer ein bisschen komplizierter für die Jungs. Heute gehen wir auf den Platz noch etwas lockerer, ein bisschen taktisch. Und dann, ich entscheide für die Elf. Ich denke nicht schon am Sonntag, wichtig ist morgen. Also, es ist nicht entscheidend jetzt, Milan gefährdet oder der und der. Spielen mit der besten Elf. Und müde, nicht müde ist nur Ausrede heute. Die Jungs sind fähig jetzt Gas geben, Gas zu geben. Hallo! Sonst. 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 Sonst.